ja leute wir sind wieder da wieder auf der decabahn station und wir werden einfach mal die Gelen 96 genommen mit dem Sprinkler und wieder dem Echolokator weil ich würde lieber Nahkampfwaffen als Sniper, weil Sniper kann ich einfach überhaupt nicht ja wieder der gleiche Modus ist ja natürlich klar schade dass man rennt wenn man dran kommt da oben jetzt die Sniper? nein die neben mir habe ich noch ganz kurz gesehen konnte ich aber nichts mehr machen ja die Gelen hier schießt nicht so oft aber dafür kann die glaube ich schon mit drei Schüssen killen ja ich glaube bei der ist es ein bisschen anders weil die schießen ein bisschen schneller als die anderen aber ist auch eigentlich eine Killwaffe hier jetzt ist man ja schon relativ schnell gekehlt kann halt nicht so schnell einfärben naaa die Gegner aber mit dem Blumenabblaster nervt hätte ich mal killen sollen ja ich kann noch eine verloren aber da vorne das ist gut ich stelle einfach mal einen Sprinkler hin genau der Sprinkler immer wieder ein bisschen Farbe von seinem Team halt ja Echolokator hast du jetzt? würde ich vielleicht machen wenn ihr die Goldverschämung noch habt oder? jetzt haben wir sie also ja sehr gut killt das war ein bisschen schwierig wir zocken jetzt auf einem anderen Display als sonst immer oder war der Gegner? ok ich glaube da ist Echolokator ja wenn man getötet wird verliert man auch ein bisschen was von dieser Spezialfähigkeit halt ein paar Punkte bei manchen machen mehr bei manchen weniger das Kugelschild hatte er jetzt hier wenn einer deiner Teamkollegen das in deiner Nähe einsetzt bist du auch davon geschützt dann kann man dich halt in der Zeit nicht killen denn da ist aktiv ist ja ok Echolokator? Echolokator? ah dann müsst ihr mal was machen ne weil sonst verliert ihr ja noch Echolokator? Ich pass mal hier auf der Seite auf genau und eine Antwort auf uns schade weder der einen den Blunder Blaster Ja dann sollten wir nochmal spielen Ok Wir haben die Goldfischkanone wieder und ich weiß aber der Jo traut sich nicht nach vorne Ja ich würd sagen wir machen in jedem paar zu zwei waffen wie jetzt oder können wir euch ja mal ein paar vorstellen ja jetzt der spezielle abzug da ja ich weiß nicht wie ich das überlebt habe ich habe keine ahnung ich habe nicht getroffen weil ich glaube die bildverzögerung ist bei dem display ein bisschen höher oder ich sitze einfach nur in einem ganz ungünstigen winkel da jetzt müsst ihr aufpassen nein ich schätze wir haben verloren müssen ja eigentlich nur noch überlaufen wir schaffen es nicht weil ihr immer sofort wieder da seid weil er auch gleich da respawn nein 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 alter da haben sie jetzt wieder die goldfisch kanone jetzt werden ja jetzt was war das ja gut ja okay endlich zu ende ja nun war glaubt und jetzt spielt vielleicht der wolfmann noch mal ja war ein chaos sieg das heißt wir verlieren jetzt haufenweise punkte und wir kriegen noch nicht mal irgendwelches geld oder so schade also man bekommt schon punkte für jede minute ein punkt das was man durchgehalten hat für ein chaos sieg bekommt mal zehn punkte bäckchen ist auch gleich wieder wache ja wir sehen uns gleich weiter